Hi, ich bin Lukas Daschner, 23 Jahre alt, spiele beim FC St. Pauli, offensives Mittelfeld. Mir geht's gut, ich bin jetzt seit ungefähr einem Monat wieder im Training und macht Spaß, macht viel Spaß. Kann es kaum erwarten, wieder auf den Platz zu stehen. Der Platz ist natürlich sensationell, das Wetter spielt natürlich mit. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das Trainingslager so anzugehen, wie wir es gemacht haben und ich glaube, das bringt uns alle ein Stück weiter. Gerade auch die Teamkollegen haben einen großen Teil dazu beigeleistet, dass ich mich relativ schnell angewöhnen konnte. Ich war ja auch bei Duisburg bei meinem letzten Verein Zebra Kids Party. Da hat man nie Kinder gesehen, die benachteiligt sind im Leben. Da war man bei jedem Heimspiel für 10-20 Minuten oben. Und ja, hat man dann mit denen gesprochen. War eine tolle Erfahrung für mich auch und ist einfach eine super Sache. Sollte man immer unterstützen und ja, werde ich auch weiterhin tun. Ich glaube, auf jeden Fall entwickeln kann man sich immer. Gerade jetzt im körperlichen Bereich, nach meiner Verletzung, würde ich sagen, habe ich auch noch mal den nächsten Schritt gemacht. Klar, fußballerisch geht auch immer mehr. Ich glaube, man sagt ja, der Mensch lernt nie aus. Ich glaube, so ist es im Fußball auch. Besser geht immer. Und ja, da arbeite ich tagtäglich daran, mich zu verbessern. Zum Abschluss nochmal schöne Grüße aus dem Trainingslager. Wir bereiten uns hier intensiv vor. Wir sind heiß auf die Rückrunde und können es kaum erwarten, das erste Spiel gegen Aua zu beschreiten. Macht's gut, euer Dasch.